Auch Fahrzeuge mit kleinen Laufleistungen können einem Getriebeschaden haben und ihr erfahrt in dem Video, wie man den vermeiden kann. Hallo und willkommen bei der Firma Graf von Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe und wir beschäftigen uns heute mit einer E-Klasse, mit einer Laufleistung von 110.000. Wichtig ist, wenn man sein Automatikgetriebe länger fahren möchte, muss man die richtige Wartung, die richtige Maßnahme treffen, damit das Getriebe länger lebt. Es gibt verschiedene Maßnahmen und die werden wir in dem Video behandeln. In dem konkreten Fall ist es trotz der kleinen Laufleistung so, dass eine Getriebespülung nicht mehr ausreicht. Wir haben in dem Getriebe ein Druckproblem. Das Druckproblem kann verschiedene Ursachen haben und das werden wir in dem Video auch gemeinsam behandeln. Wir werden euch zeigen, wo ein Druckproblem sein kann. Wir werden auch zeigen, wie man eine Mechatronik repariert. Aber als erstes gucken wir uns die Adaptionswerte von diesem Fahrzeug an. Anhand der Werte kann man sehen, wie ist der Zustand. Denn das Auto adaptiert sich natürlich und daher merkt man auch nicht, wenn das Getriebe kurz vorm Kaputtgehen ist. Genauso ist es auch bei vielen unserer Kunden so gewesen, wo wir die Getriebe in Stand gesetzt haben. Das Getriebe fuhr super und auf einmal war es kaputt. Und hier sieht man, dass die Fülldrücke und die Füllzeiten und man sieht zum Beispiel hier die Adaptionswerte sind schon bei minus 800. Das heißt, wir haben hier ein Druckproblem, einen Druckverlust. Und warum das so schlimm ist und warum das zu einem Getriebeschaden führt, werden wir gleich in dem Video besprechen. Der Getriebeschaden kündigt sich nicht an. Das heißt, die Kunden, wo wir ein Getriebe in Stand gesetzt haben, die haben gesagt, das Getriebe hat bis zuletzt perfekt geschaltet. Und auf einmal war das halt kaputt. Wie passiert überhaupt ein Getriebeschaden? Getriebeschaden passiert durch Druckverlust. Der Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben. Es kann zum Beispiel sein, dass wir zwischen der Mechatronik oder dem Schallschieber, das ist diese Komponente hier, und dem Getriebe haben wir Gummidichtungen. Diese Gummidichtungen können verschlissen sein. Dadurch haben wir irgendwo einen Druckverlust. Und ein Druckverlust äußert sich so, dass diese Lamellenkupplungen, die werden über Öldruck zusammengedrückt und dann fährt das Getriebe nach vorne. Haben wir irgendwo einen Druckverlust, dann ist die Kraft, die hier drauf wirkt, zu klein, als dass sie im Endeffekt schon zusammengedrückt werden und die schleifen. Irgendwann ist diese Beschichtung halt vorbei. Das heißt, eine Möglichkeit ist, dass diese Gummidichtungen zum Beispiel defekt sind. Eine weitere Möglichkeit kann zum Beispiel in der Mechatronik selber sein. Wenn wir die jetzt zum Beispiel zerlegen, sieht sie so aus. In der Mechatronik haben wir auch zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben Filter. Diese Filter setzen sich durch Lamellenabrieb zu. Und diesen Lamellenabrieb kann man auch bei einer Spülung nicht rausbekommen. Weder aus den Filtern, noch aus der Mechatronik. Ich blende euch jetzt einmal ein Teil ein, dass ihr seht, wie viel Dreck sich zum Beispiel bei einer Mechatronik angesammelt hat, auf der Dichtplatte zwischen den Mechatronik-Hälften. Hier sieht man zum Beispiel die Ventile. Und hier sieht man an den Ventilen, wie viel Dreck sich hier abgelagert hat. Oder hier kann man zum Beispiel auch sehen, wie viel Lamellenabrieb wir hier haben. Das Schwarze, was wir hier zum Beispiel sehen, das ist alles Lamellenabrieb. Wenn man die Wartung verspätet macht, dann verliert natürlich das Öl seine Schmiereigenschaften. Denn dieser Lamellenabrieb von den Kupplungslamellen, der ist nicht magnetisch, der schwimmt permanent im Öl und sorgt dafür, dass die Mechatronik selber verschleißt. Denn wir haben hier solche Kolben, die bewegen sich permanent, die werden durch diese Magnetventile aktiviert. Und dann haben wir das Problem, das kann man hier so ein bisschen sehen, dass zum Beispiel dieses Bauteil, ihr seht, das ist schon so ein bisschen beschädigt. Wir haben hier Kratzspuren, weil wir hatten hier eine schlechte Schmierwirkung. Und dann haben wir das Problem, dass die Kompression zwischen dem Gehäuse und diesen Kolben nicht mehr gewährleistet ist. Wie beim Motor zum Beispiel. Habt ihr den Ölwechsel zu spät gemacht oder sehr, sehr oft zu spät gemacht, dann kann es passieren, durch diese schlechte Schmierwirkung haben wir irgendwann nicht die Kompression, die wir haben sollen. Und das kann man prüfen, dann haben wir hier einen Druckverlust. Ich werde euch einmal ganz kurz zeigen, wie man das prüft. Und wir werden in dem Video auch so eine Mechatronik auch instand setzen. Das heißt, wir werden zeigen, wie man die repariert. Hier sieht man zum Beispiel die Mechatronik. Hier sieht man bestimmte Bereiche. Und wir prüfen hier zum Beispiel das Gehäuse, die Kompression zwischen dem Gehäuse und den Kolben. Wir sollten einen minimalen Wert von 18 haben. Wir haben hier einen defekten Bereich. Das heißt, wir prüfen das einmal und ihr werdet sehen, wir haben knapp die 10. Hier kann man das sehen. Ein bisschen sauber. So, wenn wir jetzt einen anderen Bereich prüfen, zum Beispiel den hier. Dann seht ihr, haben wir hier einen Wert von ungefähr 22. So wie das ungefähr sein sollte. Das heißt, wir können in so einem Fall so viel spüren, wie wir wollen. Wir können auch so viele Dichtungen tauschen. Aber wenn wir hier einen Druckverlust haben, wird er früher oder später zu einem Getriebeschaden führen. Und das muss man einfach nicht machen. In manchen Fällen kann man die Mechatronik instand setzen. Das werden wir euch gleich zeigen. In anderen Fällen muss man die Mechatronik austauschen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Komponenten defekt sind, das heißt, dass man einfach lieber etwas investiert, um den Getriebeschaden zu vermeiden. Denn man muss verstehen, eine Getriebeinstandsetzung oder eine Generalüberholung, da wird nicht alles generalüberholt oder alles getauscht. Nur die defekten Teile werden ausgetauscht. Das war's. Alle alten Lager, Buchsen bleiben alle alt. Deswegen kriegt man auch nur ein Jahr Garantie oder eine bestimmte Laufleistung. Denn Sachen wie die Mechatronik, die dann zum Getriebeschaden führt, bleibt immer noch die alte. Denn so eine Mechatronik, wenn man die zum Beispiel austauscht, liegt man alleine bei der preislich bei ungefähr 2.500 Euro. Wir haben hier eine defekte Mechatronik. Die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen. Das heißt, wir werden die hier instand setzen. Wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt. Dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch. Ihr seht, hier haben wir den Bohrer. Und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet. Die Späne, man sieht, die fallen unten runter. Und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne. Danach wird die Mechatronik-Hälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen. Und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen. Dass es heller ist. Das ist das neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus. Nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen. Weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus. Weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So. Und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10. Jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen. Denn die Lamellen schleifen aneinander. Daher Werte wird messer. Vielen Dank.